Moin Leute, ich habe wieder eine krasse Geschichte aus meinem YouTube-Alltag für euch und ich stecke tatsächlich noch mittendrin. Tatsächlich habe ich Angst, jemandem mit meinem Tun zu schaden oder auch euch gegenüber unehrlich zu sein. Das ist so ein bisschen Zwickmühlen-mäßig, wo ich gerade drinstecke. In solchen Fällen tendiere ich eigentlich immer dazu, einfach zu erzählen und mit euch zu reden. Das hat sich bisher eigentlich immer gelohnt, denn ich lerne von euch und eure Meinung und das lerne ich halt besser kennen. Und ihr wisst, was hinter den Kulissen eines großen YouTube-Kanals abgeht. Das ist auch teilweise echt ziemlich irre, das kann man sich teilweise gar nicht vorstellen. Okay, aber genug gelabert, worum geht es jetzt konkret? Ich teste ja hin und wieder ein paar Powerstations und normalerweise läuft das auch alles relativ entspannt ab. Und jetzt gab es aber einen Fall, der war ein bisschen krasser und zwar ging es folgendermaßen los. Ende Oktober letzten Jahres hat sich ein relativ bekannter Powerstation-Hersteller bei mir gemeldet oder konkreter gesagt, eine vom Hersteller beauftragte Influencer-Agentur. Also nicht mal direkt. Ja, ihr könnt jetzt hier den Dialog sehen. Im Prinzip war es irgendwie so, hey, nice to meet you, hi friend. Also das Typische halt, so super nett. Und das war dann Rebecca quasi. Und die wollte halt gerne irgendwie, dass ich das für den Hersteller präsentiere und zeige, also das Produkt teste halt. Ja, dann haben die mir noch ein paar tolle Zahlen geschickt und gezeigt, wie geil das Produkt ist und so weiter. Obwohl die vermutlich nicht mal wissen, was es eigentlich macht. Also ehrlich gesagt, ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass die irgendeinen Plan davon haben. Aber okay. Ja, dann kam noch folgende Kleinigkeit. Ja, da waren ganz viele Dollarzeichen drin, was ich auch wieder echt witzig fand. Also, we can provide you with Geld war im Prinzip das Ding, ja. Finde ich gut, will ich aber nicht. Und meine Standardantwort ist halt quasi folgende. Ich mache es mal gerade auf Deutsch, damit es für euch einfacher ist. Hallo Rebecca, ich kann die Powerstation testen. Ich wurde sogar von vielen Usern gefragt, ob das möglich wäre. Aber ich werde das Ding als Ingenieur testen und möchte halt kein Geld oder Beteiligung von euch. Das soll halt ein echter Test werden. Wenn das für euch okay ist, dann sehr gerne. In Liebe, euer Andreas. Nee, ganz so nett war ich dann auch nicht. Ja, als Antwort kam dann das folgende. Alles klar, aber drei Punkte. Das erste war, das Video soll irgendwie zu Datum XY online sein. Das zweite war, wir möchten das Video vorher sehen und dann entscheiden, ob es gesendet wird oder nicht. Das fand ich schon krass. Aber das ist tatsächlich gängig. Also, das ist nicht ungewöhnlich. Und als drittes, mach bitte unseren Tracking-Link in die Beschreibung. Das heißt irgendwie, da ist auch ein bisschen Datenkrake dahinter, was ich halt auch nicht so geil finde. Wie gesagt, insgesamt habe ich mir gedacht, klingt ja super geil. Ja, da habe ich total Bock drauf. Und dachte mir, nee, pass mal auf, wir machen das mal anders. Erster Punkt habe ich gesagt, nee, schaffe ich nicht. Also, das Datum werde ich so schnell nicht einhalten können. Das war wirklich irgendwie innerhalb von ein, zwei Wochen oder so. Und ich meine, wie schnell, also ich teste die ja wirklich. Das heißt, es dauert auch ein bisschen. Ja, beim zweiten Punkt habe ich dann gesagt, also, da ging es ja darum, dass ich quasi denen das Video vorher zeige und die dann quasi okay geben oder nicht. Und das fand ich tatsächlich überhaupt nicht gut. Da habe ich geschrieben, wenn das Video fertig ist, dann wird es halt gesendet, Punkt. Und ich habe ja Kosten für jedes Video und ich muss das auch senden, ja. Sonst habe ich halt tatsächlich Minus irgendwie. Das kann ich nicht bringen. Und auch die Sendetermine sind relativ fix und so weiter. Das ist echt ein Problem mittlerweile. Ja, aber wenn ich problematische Messungen finde, informiere ich euch, Punkt. Aber mehr auch nicht. Und drittens habe ich ganz klar gesagt, nein, Tracking-Links kommen ja auf gar keinen Fall irgendwie in die Beschreibung. Das mache ich nicht. Ja, dann dachte ich, okay, ich nutze die Gelegenheit und frage direkt mal nach dem Akkutypen oder dem Hersteller. Das interessiert mich natürlich besonders, weil, keine Ahnung, ist halt immer wichtig. Und Rebecca hatte offensichtlich überhaupt keine Ahnung, wovon ich sprach, denn als Antwort kam dann sowas wie R, O, A, S oder C. Und ich dachte mir, okay, ich glaube, das sparen wir uns. Ist ja aber nicht schlimm. Also, wie gesagt, finde ich ja im Notfall auch selber heraus, wenn ich dann das Ding aufschraube. Ja, Rebecca hat sich dann verabschiedet und ich sprach ab dann mit, ich nenne ihn jetzt mal Hooper. Und daraufhin wurde das Gerät dann sofort losgeschickt und quasi war direkt vor meiner Tür. Also, es ist echt total krass. Als Influencer bekommst du den geilsten Versand ever. Es ist echt sofort da, der scheißeste Hammer. Tja, da die Tests aber immer relativ aufwendig für mich sind, dauert das halt ein paar Monate. Und ich muss auch gestehen, dass ich, ich hab da nicht immer so ein Megabock drauf. Ich find diese Powerstations auch an sich einfach nicht so geil. Also, das ist halt immer so ein Ding. Ich weiß irgendwie auch nicht, warum ich das immer mache oder gemacht habe. Ich mach's jetzt tatsächlich nicht mehr. Aber okay, kein Problem, denn *** war ja total nett und erinnert mich praktisch alle zwei Tage daran, das über Wochen, so nach dem Motto, wo ist mein Video, Alter? Ja, schöne Kniescheiben und so. Na gut, so schlimm war's jetzt nicht, aber sagen wir mal so, er war schon sehr, sehr nervig. Ja, ist jetzt auch kein Drama, aber also, keine Ahnung, wenn er da alle zwei Tage immer diese nervigen E-Mails kriegt, geht's einfach auch ein bisschen auf den Senkel. Naja, so in etwa könnt ihr euch das dann vorstellen, glaube ich. Okay, aber da mir das komplett scheißegal ist, habe ich den Test dann im Februar erst fertiggestellt. Also, es hat halt eine Weile gedauert. Ich mache es auch absichtlich, damit ich halt sehen kann, ob die Akkus sich zum Beispiel selber entladen oder ob auch über eine längere Zeit irgendetwas passiert, was da nicht passieren sollte. Tja, was soll ich sagen? Houston, we have a problem. Das Ding ist scheiße. Ja, was Konkretes passiert? Ich habe den Wirkungsgrad von dem Ding gemessen und gecheckt, ob die Spannung unter einem niedrigen Ladezustand und maximaler Last einfach noch stabil bleibt. Und bei beiden Punkten konnte ich halt große Probleme feststellen. Also, tatsächlich war der Wirkungsgrad echt mies. Und auch die Spannung hatte wirklich Probleme. Also, der Sinus ist verzerrt halt, wenn man da eine große Last drauf gemacht hat. Und es war die lauteste Powerstation ever. Naja, man muss jetzt hier natürlich auch den nicht ganz geringen Preis von fast 2000 Euro berücksichtigen. Und das finde ich dann, ja, das sind dann schon gravierende Punkte. Also, bei so einem teuren Produkt darf so ein Scheiß eigentlich gar nicht sein. Für mich war der Test an der Stelle dann auch wirklich beendet. Also, ich habe es nicht mal mehr aufgeschraubt, weil ich mir halt gedacht habe, okay, ich kann zu diesem Gerät einfach guten Gewissens nicht raten. Das mache ich nicht. Und im Video habe ich das dann auch genau so gesagt, also im Dreh. Gut, dann Video gedreht und dann war das für mich erst mal gegessen, das ganze Thema. Aber der Huber meldete sich dann ja nochmal und ich teilte ihm dann mit, dass das Video jetzt in der finalen Produktion ist und ich halt bald veröffentlichen werde. Aber leider ist der Test sehr negativ ausgefallen und ich habe ihm die Punkte dann einfach nochmal genannt, so wie ich die da erlebt habe. Daraufhin kontaktierte er den Hersteller und schickte mir dann die folgenden Bilder. Ja, das war dann mit dem Hinweis, dass der Hersteller ja auch gemessen hat und ich das bitte auch im Video zeigen soll. Okay, kann ich machen, aber eine Sinuskurve ohne irgendwelche Angaben zur Last- und Messsituation ist irgendwie total sinnfrei und irgendwelche Maximalwirkungsgrade, woher auch immer die kommen und wie die gemessen wurden, sind jetzt für mich auch nicht besonders hilfreich. Naja, okay, aber ich habe es trotzdem reingepackt, ist ja auch gar kein Thema. Ja, und jetzt gab es ja noch das Angebot, dass ich mit den Ingenieuren der Firma Kontakt aufnehmen könnte, um die Messung zu besprechen. Das fand ich grundsätzlich gut, also ist ja auch okay, das zeigt ja auch, dass da Interesse besteht, das Ganze irgendwie nochmal sich anzusehen. Aber ich mache das ja hier neben meinem Hauptjob als Wissenschaftler, also wirklich in meiner spärlichen Freizeit. Und der Kanal kostet Geld, sprich ich kann nicht mit einem Video nicht ewig aufhalten, also besonders nicht dafür, das geht, ich kann es einfach nicht. Ja, es ist auch nicht mein Job irgendwie in meinen Augen. Zumindest für sowas nicht. Für mich ist es einfach nach der Messung beendet, ich zeige die Ergebnisse, präsentiere die euch und ja, so ist es dann halt. Das hätten die einfach vorher machen sollen mit einem professionellen Institut und dann wäre das Ganze vielleicht nicht passiert. Gut, dann schrieb ich ihm daraufhin nochmal, habe ihm nochmal Details genannt, so beim Test-Setup, also dass es eine ohmsche Last war, dass ich das Ganze bei 15% State of Charge gemacht habe, bei 2 Kilowatt Last und so weiter. Und sagte ihm auch, dass ich das Video senden möchte, da ich halt Videoproduktionskosten habe und sonst darauf sitzen bleibe einfach. Zudem ist das nun mal das Ergebnis. Ich kann es halt nicht ändern. Ich teste alle anderen Powerstations auch genauso und ich denke, das ist halt dann einfach so. Ich kann es halt, wie gesagt, nicht ändern. Ja, ich habe euch zudem auch von Anfang an gewarnt, habe ich ihm auch geschrieben, dass ich das halt einen echten Test mache. Tja, Antwort, was für ein Ausfall entsteht dir denn? Wir wollen auf gar keinen Fall, dass das Video unserem Klienten schadet. Ja, ich denke mal, was das heißt, könnt ihr euch, glaube ich, denken, ich will jetzt hier mal keine Zahlen und so weiter nennen. Und klar, ich bin nicht darauf eingegangen, aber ja, krasse Nummer wie immer. Und jetzt kommt noch ein bisschen mehr. Also ich möchte euch jetzt erst mal erklären, was sagt das eigentlich alles jetzt und warum kritisiere ich das so stark? Ihr merkt ja, dass die wirklich nicht gewohnt sind, dass irgendwie mal was Negatives kommt. Und das hier, also das ist wirklich kein Einzelfall. Ich erlebe sowas relativ häufig. Jetzt nicht ganz so in dieser krassen Form, aber ähnlich. Und wenn man jetzt halt noch bedenkt, dass die Leute eigenen Aussagen, also diese Agentur, Leute eigenen Aussagen in den letzten sechs Monaten fast 51.000 YouTuber betreut haben, dann ergibt das irgendwie für mich kein besonders gutes Bild. Ja, ich kann es nicht beweisen. Also kann ich unmöglich, wie soll ich das machen? Aber ich denke, dass solche Anbieter es einfach total gewohnt sind, alles mit Kohle zu regeln und viele Influencer einfach an den Einnahmen zu beteiligen, gut zu bezahlen, damit die nicht so viel Negatives bringen. Und ich habe, wie gesagt, noch viel, viel krassere Geschichten erlebt, aber das kommt später noch. Manche Influencer lassen sich sogar einfach nur mit den Geräten kaufen. Also sie schicken halt so eine Mühle dir zu und das war es dann halt auch. Ja, vermutlich sind das dann eher Unerfahrene, die halt gar nicht wissen, was die da eigentlich für eine Goldgrube in den Händen halten und worauf die sich da einlassen. Ich glaube, viele lassen sich da auch wirklich stark unter Druck setzen. Aber wie gesagt, ich kann das jetzt nur für mich sagen, was ich erlebt habe. Aber meiner Ansicht nach sind viele, natürlich nicht alle, ich kann das, wie gesagt, ich will jetzt hier auch keinen blamen oder sowas, sind aber viele Tests zum Teil oder zu einem wesentlichen Teil von sehr, sehr fragwürdiger Objektivität. Letztlich könnt ihr sowas immer daran erkennen, ob Dinge genannt werden, die messbar, die nachvollziehbar sind, also die ihr vielleicht auch nachmessen könntet. Und ihr seht die Messung da auch. Ich mache das ja immer, ich zeige ja, wie ich es messe. Oder ob auch Fehler und Probleme, also wirkliche Bugs offen angesprochen werden. Und ich meine jetzt nicht nur diese typischen Sätze, kann ja nicht alles gut sein. Hier ist so ein kleiner Bug, damit es halt nicht total einseitig wirkt. Und genau, also das sind so Dinge, woran ihr das erkennen könnt. Ja, mein Problem ist jetzt hier natürlich auch, dass ich, muss zugeben, auch mir Sorgen mache halt, wenn ich jetzt das Video bringe, was ich immer wahrscheinlich tun werde, halt den Menschen da auch zu schaden, muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß, das ist halt, wie gesagt, alles fair gelaufen. Ich habe ja gesagt, was ich tue, ich weiß. Aber irgendwie, keine Ahnung, fühlt sich einfach nicht cool an. Ich habe halt Sorge, dass der gute Super dann halt irgendwie echt Stress bekommt. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr das irgendwie verstehen. Ja, ist halt scheiß irgendwie die Situation. Und da, ja, wird mich eure Meinung interessieren. Wie gesagt, ich tendiere dazu, das Video einfach so zu veröffentlichen, wie es ist. Trotzdem würde ich eure Meinung sehr gerne mal hören. Also schießt los und erzählt mir, was ihr davon haltet. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.